Das magische Einhorn. Die Mädchen wühlten im Buch herum. Dann fanden sie Einhornstaub im Buch. Die Mädchen sind reingesprungen. Dann waren die Mädchen in einer Zauberwelt und trafen ein Einhorn. Das Einhorn sagte, holt Beeren und Glitzer. Wir sind zu den Büschen gegangen und haben Beeren gesammelt. Danach waren sie Glitzer suchen und haben dann nach einer Stunde suchen das Glitzer gefunden. Sie sind dann zum Einhorn gelaufen. Sie haben dann das Einhorn als Zeug gegeben und mussten es essen. Zack, waren sie wieder zu Hause. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao aİ